Hallo Fans von Pixensight. Es gibt ein neues Plugin für Pixensight, den Blur X-Terminator. Der Blur X-Terminator rechnet per KI die Unschärfe aus einem Bild heraus, kurz gesagt. Die lange übersetzte Beschreibung findet ihr im Forum von pixensight.club. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Um das Plugin zu erhalten, müsst ihr nur auf die Webseite von Russell Corman gehen. Link dazu in der Videobeschreibung. Dann scrollt ihr ganz nach unten, tragt eure E-Mail ein und klickt auf Submit. Ihr bekommt eine E-Mail mit einem Link drin, einfach draufklicken. Danach bekommt ihr eine zweite E-Mail mit einem Link drin, wieder draufklicken und dann seht ihr euren Lizenzschlüssel. Nun geht ihr in Pixensight unter Ressources Updates, dann hier auf Add und tragt die URL von Blur X-Terminator ein. Jetzt lasst ihr über Ressources Updates Check for Updates das Pixensight nach neuen Updates suchen. Pixensight lädt die Updates von Blur X-Terminator herunter. Danach macht ihr dann einen Neustart von Pix. Nun findet ihr unter den Prozessen den Blur X-Terminator. Beim ersten Öffnen müsst ihr noch die KI auswählen und die Lizenzdaten eingeben. Die KI wählt ihr einfach über diesen Button aus. Die Lizenzdaten tragt ihr über den kleinen Schraubenschlüssel ein. Je nach Bildmaterial muss man wieder etwas probieren, um die optimalen Werte zu finden. Für meine Tests habe ich die Einstellung auf Standard gelassen. Hier sind meine Ergebnisse von meinen Tests. Von den Ergebnissen bin ich echt begeistert und das Plugin wird einen Platz in meinem Wirkflug bekommen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald! 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 Untertitelung des ZDF, 2020